Was haben wir für ein Thema heute? Abkürzungen MLR, Musterleitungsanlagenrichtlinie und die Zusammenhänge mit den Musterverwaltungsvorschriften technischen Baubestimmungen. Von der Historie her, ja wir haben 16 Bundesländer, aber es gab ein gallisches Dorf, das Bundesland NRW, das hatte eine andere Leitungsanlagenrichtlinie. Da gab es diese ganzen Themen 600 Quadratmeter nicht und es hat von der Historie her eine kurze Einführung zu dem Thema. Als nächstes geht es weiter, unterschiedlich in den Bundesländern, unterschiedlich eingeführt, also recht komplex für einen Planer und deshalb haben wir das Thema heute mal mit hier aufgenommen. Leitungen, das ist auch noch mal so ein Begriff, sind Kabel und Rohre und deshalb heißt es auch Leitungsanlagenrichtlinie. Als weiteres, dass ihr mal von den ganzen Übergängen, dass ihr seht, gibt es eine technische Baubestimmungen und eine Musterleitungsanlagenrichtlinie und durch europa bedingt wurden wir gezwungen in Deutschland eine Musterverwaltungsvorschrift, technische Baubestimmungen hier einzuführen, wurde eingeführt 2017 und dies bedeutete für die ganzen Fachplaner, wie auch für uns, sich ganz umzustellen in diesen ganzen Themen, was Gesetze, Normen und Richtlinienverordnungen angeht. Und dadurch, dass es ein bisschen komplexer ist, habe ich Ihnen heute mal mitgebracht die Übersicht, wie in den einzelnen Bundesländern diese einzelnen Musterverwaltungsvorschrift, technische Baubestimmungen hier mal eingeführt sind. Und wie komplex das ist, sehen Sie in den einzelnen Folien. Und hier als nächstes mal ein Bundesland Baden-Württemberg als sehr innovativ bekannt, aber Baden-Württemberg hat die Musterverwaltungsvorschrift, technische Baubestimmungen von 2017 als Baubestimmungen eingeführt. Als nächstes ein anderes Bundesland, da sehen Sie schon, dass es 2019 eine neuere Ausgabe gibt. Aber das ist noch nicht neueste Ausgabe, sondern hier haben wir schon die Musterverwaltungsvorschrift von 2021. Sie sehen also für einen Fachplaner, wie komplex das Thema ist, in Deutschland, in den einzelnen Bundesländern zu planen. Und da geht es einmal recht komplex zu und deshalb sind wir ja heute auch mal hier. Und was ich Ihnen auch noch mal mitgebracht habe, in dieser Musterleitungsanlagenrichtlinie, ja, gab es früher separat. Und jetzt ist sie eingeführt worden in den Musterverwaltungsvorschriften technische Baubestimmungen. Und hier im Abschnitt A218, dass Sie das mal später sehen, steht drin, welche Art von Leitungsanlagenrichtlinie in den einzelnen Bundesländern als Leitungsanlagenrichtlinie eingeführt ist. Und das ist recht komplex und sehr unterschiedlich in den Bundesländern, was Sie ja aus den vorhergehenden Folien zum Thema Musterverwaltungsvorschrift, technische Baubestimmungen, da sind diese Ausschnitte herauskopiert, dementsprechend umgesetzt ist. Was ich Ihnen auch mitgebracht habe, sind diese ganzen Informationen aus diesen Musterverwaltungsvorschriften, und da gibt es in den verschiedenen Anhängen, unter anderem im Anhang 14, der Begriff Meldebereich. Und da werden Sie sehen, der Meldebereich 1600 Quadratmeter ist ein wichtiger Punkt, um bei Brandmeldeanlagen die richtige Konzeption, die Planung auch tatsächlich da zu machen. Und das ist sehr wichtig, weil in dieser Leitungsanlagenrichtlinie in den einzelnen Bundesländern dies ja auch umgesetzt ist und zu beachten ist. Nicht zu verwechseln mit einem Brandabschnitt. Was ich Ihnen auch noch mitgebracht habe, hier die einzelnen Teile, dass es bei Rohrleitungen Besonderheiten gibt, die man nicht in den Kabel und Leitungen anwenden kann, sondern für Rohre. Typisches Beispiel, um dies anwenden zu können, ist bei Ansatz Rauchmeldern. Da haben wir auch Rohre und dementsprechende Elektrotechnik. Deshalb habe ich Ihnen auch heute mal den Ausschnitt mitgebracht, was in den Leitungsanlagenrichtlinien für Rohre zu beachten ist. Und auch weitere Dinge, wie man sie unter Rohr verlegt, wie die einzelnen Dinge zu beachten sind. Und dieses alles ist der Musterleitungsanlagenrichtlinien in den einzelnen Bundesländern mit verschiedenen Versionen. Deshalb schauen Sie bitte in die Musterverwaltungsvorschrift, technische Baubestimmung in den einzelnen Bundesländern, was dort eingeführt ist. Körbeste Ausbruchs Vielen Dank.